Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online-Gedöns zusammen mit dem Olli M und wir spielen mal wieder ein Terminal Terminal Conquest. Eine Terminatorin Eroberung sozusagen. Eine Terminale. Terminale Eroberung. Ja, und wir erobern. Denn wir heißen Robert. Und der Robert Erobert. Der Baron 5 Erobert. Ah, hinter uns. Ja, aber gleich zu dritt. Ja. Zu dritt. Solche Gangbanger, ey. Hab das, Alter, von uns. Das ist echt ein bisschen sehr ver... Das ist, dass manchmal die Namen irgendwie verschwinden. Oh, wie verschwinden sie denn? Ins Nirvana. Ey Nirvana, Volli, Volli, Volli. Waaah, Volli, Volli. Lol. Rache. Rache ist Zucker. Doppelkill. Ich auch. War einmal Bier mit Erdbeer-Joghurt. Ah, mein kleiner Scheiß mal alleine. Ich muss zugeben, mein Herz klopft gerade ein bisschen arg. Röner Kill. Boah, das ist ja hier das reine, reinstige Swarm. Äh, da müsste ich leider dann nachladen. Das kommt in den besten Familien vor. Aber ich hab was jetzt gekriegt. Und wir sind back in the game, weil wir jetzt da erobern. Jep. Ich hoffe, diesmal wird's ein bisschen spannender als beim letzten Mal. Aha. Auf dieser Map zumindest. Weil da war's schon echt Arschlo. Mal präsentiv granatieren hier. Und einen Hader gemacht. Sehr schön. Mit der Granate? Ja. Kopfschuss. Uh. Doppelkill. Now push forward. Meine KD steigt hier gerade mal durch. Erstaunlicherweise. Du bist doch der KD-Meister. Alter! Geh da nicht raus. Du wirst es nicht gewollt. Ich hab's gesehen. Ich hab das gesehen. Ach, das ist ein Gegner. Äh. Ja, überall. Ja, überall. So, der Think Tank ist down. Ah, nochmal einen Kopfschuss verteilten. 4 HP und... Ach. Ah, Fick. Fick doch, Fick doch, Fick doch. Ficky, fuck, fuck. Ich wollte mal kurz sagen, Top List, aber... Nicht mehr lang. Du bist hinter mir, geil? Mhm. Du bist Place 2. Oh. Aber jetzt müssen wir mal wieder Ziel verteidigen hier. Systeme erstellt. Okay, hallo Think Tank. Fick-o-fuck-o. Ich versuch grad den Think Tank zu hacken. Ah, zumindest Kopfschuss gemacht, ey. Aber die zwei, die da... Ja, ich hatte ihn... Ich hatte ihn zu zwei Dritteln gehackt. Äh. Haben die schon wieder einen auf dem Schlachtfeld? Die wird doch gar nicht. Oh, 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 oh. Ja, tschüss. Mö-äh. Äh. Oh, witzig war das jetzt auch nicht. Weeeeh, ich bin aber fast drauf gegangen. Ach, dammit. Das waren's auch die Ober-Fail-Aktionen, die ich gerade gemacht habe, ey. Let's suck. Alter. Was geht denn hier? Was geht denn? Haben wir jetzt das Terminal erobert. Aber wenigstens haben wir diesmal ein bisschen mehr. Aha. Gegenwehr. EH, EH. Dieser Drecks-Thinktank, ja. Ich hab mal wieder eine Sucher-Drohne zerstört und die andere hat mich zerstört. Ja, wenn wir mal Agenten frei haben, dann holen wir uns die auch mal. Und dann schlagen wir mit der Scheiß-Aktion zurück. Echt mal, ey. Dann machen wir auch so einen Käse, damit sich alle ein Aufregelchen haben. Hallo. Hoa. Granaten-Assist. Das war wirklich sehr nett. Und noch einen Kopfschuss. Äh, ja. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt, und jetzt. Jetzt hack ich mal den Fintech. Terminal verloren. Der Typ, ey. Mauzi-Fusion, der cheatet doch, ey. Der läuft hier voll durchs Feuer. Äh, das wird wieder nix. Aber diesmal dauert es wenigstens länger, ey. Ja, das stimmt. Ich weiß, es ist nicht ne ganz so peinliche Aktion. Das war ja echt peinlich, letztens. Oh, no. Ich bin schon wieder tot. Und ich bin jetzt wieder auf Platz 4 abgerutscht. So, letztes Terminal müssen wir auf jeden Fall verteidigen. Oh, ich werd mir mein... Ich werd mein letztes Terminal. Es kommen alle, ey. Alle, wir sind alle gestorben, Anto. Ja. Krass. Boah, und dank der Fintech, oder? Ja. Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Selbst der cheatet. Ja? Das ist der Ober-Cheater. Cheater-KI. Verloren. Verloren. Naja, mal... Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euer Spaß. Richtig, und... Ja. Würde uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein wollt. Natürlich. Deswegen... Hauen sie rein. Gebärdigen Ladies. Tschüss.